Ja, Metal-Leute und herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Achterbahn der Schöchel-Lebensentscheidung und der Schlachtabfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um der Schauerberg. Gerade frisch aus dem Bett gefallen, ich habe diese Woche so viel Shit zu tun, warum nicht erstmal ein Video vom Dicken, ne? Ja, das Hintergrundbild weiß ich nicht, habe ich mir gerade spontan ausgedacht, vielleicht sehne ich mich nach dem Sommer. Ich weiß es nicht. So, ein kleiner Stream am Sonntagabend war das. Ja, wir gucken uns die Zusammenfassung an bei Rändern hochladen, der natürlich in der Beschreibung verlinkt ist. Hier einfach mal ein Dankeschön an alle Leute, die Re-Ups machen und Zusammenfassungen und so weiter. Die stillen Helden des Drachengames, muss man auch mal erwähnen. Danke an alle. Schauen wir mal rein, was es so gab. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rändern, mit Hochladen. Also, ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Ihr unterschätzt das immer. Moment. Das ist einfach nicht, dass es nicht einfach so bleiben kann, wie es soll, verstehe ich, beim besten Willen, ne? Autofokus und so. Hervorragend. Er wollte ja auch einfach wieder den Greenscreen aufhängen und dann geht es ganz normal so weiter. Das waren ja seine Worte, ne? Wir werden uns jetzt einfach die restlich, die nächsten Wochen, werden wir uns einfach an diese Wand gewöhnen müssen, fürchte ich. Streamlight nicht vergessen. Ja, das wäre schön. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass die kommenden Wochen dann endlich mal ein bisschen schöner und angenehmer werden. Da haben wir dann ein bisschen... Ich habe schon ein bisschen was geplant. Auf jeden Fall. Die nächsten Wochen werden schöner und angenehmer für ihn natürlich, weil er diese Woche ja regelrecht gearbeitet hat. Also, ne? Übertreiben wir es nicht, aber er musste mal was machen. Dazu kommen wir später. Er war ja jeden Tag unterwegs. Und die nächsten Wochen werden ein bisschen angenehmer. Heißt für ihn wieder, dass er dann wieder Zeit hat, nichts zu tun. Ob das jetzt angenehmer für seine Zuschauer ist? Wir sehen ja das Endergebnis, ne? Es sieht ja auch beleuchtungsmäßig. Ist das echt ganz schön gruselig, ne? Es sieht so aus, als wenn er nur einen Strahler hat, der von uns aus gesehen rechts kommt. Dadurch ist seine linke Gesichtshälfte total im Schatten. Und er wirft auch diesen Schatten auf diese Wand. Also, das ist ja auch Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal den grünen Lappen zurückwünsche, ne? Für die letzten Monate, in dem ich jetzt hier bin, habe ich schon was geplant. Für den letzten Monat, in dem er jetzt hier ist, das behalten wir mal im Hinterkopf. Darüber reden wir gleich. Äh, das ist unter anderem einer der vielen Gründe, warum ich hier jetzt die Woche so wenig gemacht habe. Weil ich ständig irgendwas gemacht habe. Bist du mit dem Laptop zufrieden? Oh, ehrlich gesagt, ich bin ganz zufrieden, ja. Also, ähm, das ist ein Gaming-Laptop. Und, ähm, er hat sowieso eine 3060 eingebaut. Also, eine recht gute Grafikkarte eigentlich. Also, wir können inzwischen ziemlich sicher davon ausgehen, dass er das Laptop neu angeschafft hat. Eine kurze Suche bei Google Gaming-Laptop 3060 hat ergeben, keine Ahnung, ich habe Laptops gefunden in der Preisspanne von 999 bis 1,5. Also, können wir mal davon ausgehen, dass er safe über 1000 Euro nochmal jetzt ausgegeben hat für ein Gaming-Laptop, ne? Einen Monat, nachdem er 3000 Euro ausgegeben hat für eine VR-Brille und für eine Grafikkarte. 1500 Euro für eine Grafikkarte, die jetzt irgendwo in einem Lagerraum vergammelt, damit er sich diesen Monat für über 1000 Euro noch ein Gaming-Laptop kaufen kann, ne? Ist gut investiertes Geld. Vergleichbar mit meiner 3080, die ich jetzt in meinem, äh, die ich in meinem Rechner stationär eingebaut habe, aber immerhin... Ja, nur dein Rechner ist nicht mehr stationär. Das ist das Problem. Der Witz ist, dass der Prozessor besser ist, als der in meinem Rechner. Und Razer 7 ist das. Äh, ich weiß gar nicht, was ich in meinem anderen eingebaut habe. So, äh, was haben wir denn hier? Ne, 5er ist hier drin gewesen. Ne, AMD Razer 5. Gerüchten zur Folge, musst du das Haus bis zum 5. verlassen. Der 5. war im Januar, das ist schon ein paar Monate her. Rainer, ich weiß, das ist schockierend, aber der Februar hatte auch einen 5. Und der März hat auch einen 5. Jeder Monat hat einen 5. in unserem Kalender. Ich habe euch schon erklärt, warum der 5. Eben ganz kurz dazu, warum der, die Person in dem Chat das gesagt hat. Ähm, auf Twitter gab es die, äh, gab es die Theorie, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Wir werden schauen, was da dran ist. Ähm, der ursprüngliche Auszugstermin war ja der 5. Januar. Das hat Rainer ja auch gerade erwähnt. Und irgendjemand hat gesagt, es wäre nicht unrealistisch, wenn die, ähm, Gemeinde ihm einen Aufschub von zwei Monaten gegeben hat, was den 5. März ergeben würde. Und Rainers, äh, Rainers Eifer, den er ja die letzte Woche an den Tag gelegt hat, würde das vielleicht ein bisschen untermalen. Aber ich lasse dich nochmal kurz reden und dann sprechen wir mal darüber. Nicht funktioniert hat. Und letzten Endes ist jetzt beschlossen worden, dass ich bis zur Verhandlung bleibe. Das ist am 23., 24. März der Fall. Und je nachdem, wie das mit der Verhandlung ausgeht, werde ich dann Ende März ausziehen. Also, wenn überhaupt das hinhauen sollte mit dem 5., dann wäre das nicht der 5. März, sondern der 5. April. Lass mich mal kurz die Polizei anrufen, das ist ja echt. Auch schönes Frame. Ähm, ja, das ist natürlich Quatsch, was er sagt. Ja, der 5. März kann ja gar nicht sein, also muss es ja der 5. April sein. Das hat, ne, weil, weil dumme Hater oder so, ist, ist vollkommener Quatsch. Ähm, ja, äh, was mir dazu einfällt, ist folgendes. Das, was er sagt und das, was er tut, ist, passt nicht zusammen im Moment. Wir wissen ja alle, dass Rainer nur Sachen macht in kurzer Zeit, wenn er aus irgendeinem Grund Druck hat, das machen zu müssen, so. Er will mir erzählen, er kann noch 4 Wochen in diesem Haus bleiben, das ist abgemacht. Wenn er noch 4 Wochen bleiben kann, warum hat er diese letzte Woche überfallmäßig alles weggeschafft? Er war ja wirklich jeden Tag unterwegs, hat jeden Tag was aus seinem Haus irgendwo hingebracht. Wenn er 4 Wochen Zeit hätte, wäre er letzte Woche vielleicht, keine Ahnung, an 2 Tagen mal losgefahren, hätte da schon mal irgendwas hingebracht oder so. Warum passiert das jetzt wieder so überstürzt, so. Das ist zum Beispiel ein Grund, wo ich sagen würde, ähm, am 5.3., das wäre ja, lass mich lügen, äh, morgen ist der Erste, das wäre ja Ende dieser Woche, so. Das würde ja passen, so, das würde ja Sinn machen. Warum muss er letzte Woche jeden Tag unterwegs sein, wenn er dann jetzt noch knapp 3 Wochen hat? Das passt halt einfach nicht zusammen, so. Darum geht's halt. Mal abgesehen davon, dass das, was Rainer sagt in seinem momentanen Zustand, der ja, äh, ich würde mal sagen, fast der normale Zustand ist, kam mir da sowieso nichts drauf an, ne? Ich hab letztens noch ein Video gesehen beim Ofenkäse, herzlichen Grüße, der hat sich nochmal, ähm, in Zusammenfassung angeguckt von dem Stream aus dem Oktober, der ein Tag vor der Gerichtsverhandlung war. Super interessant, macht auch, macht auch Spaß, äh, macht auch Vorfreude für die nächsten Wochen. Und da zum Beispiel, ne, ein Tag vor der letzten Gerichtsverhandlung hat Rainer gesagt, er will sich nicht schuldig bekennen, er will sich nicht schuldig bekennen, um einen Tag später vor Gericht sich schuldig zu bekennen. So, also, was, jetzt sagt er mir, dass er da noch 4 Wochen bleiben kann, was, ähm, ja, was, was ist das schon wert, Leute? Ne, äh, in 3 Tagen, keine Ahnung, sagt er wieder was anderes. So, auch die, ähm, auch die, ähm, weiß ich nicht, die Abmachung mit der Gemeinde, die angeblich herrscht, ähm, was, was macht das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn von der Gemeinde aus, ihn noch bis zur Gerichtsverhandlung dort wohnen zu lassen? So, was, was bringt das der Gemeinde? Die Gemeinde könnte ihn auch einfach vor die Tür setzen, ähm, wenn, wenn bei der Gemeinde irgendjemand, ich meine, vielleicht ist bei der Gemeinde auch irgendjemand weich geworden, man weiß es nicht, aber, ähm, auch, auch, wenn bei der Gemeinde jemand sitzt, der sich ein bisschen mit dieser Situation auskennt und ein bisschen darüber nachdenken kann, könnte auch darauf kommen, dass bei einem schlechten Ausgang der Gerichtsverhandlung, der ja bevorsteht, Rainer dann, ist ja bestimmt noch viel angenehmer ist, mit Rainer, äh, umzugehen und so weiter. Also, wenn der eh schon, äh, keine Ahnung, Todesmett ist, äh, weil er zu einem, zu der, ähm, zu der Gefängnisstrafe verurteilt wurde und dann willst du zwei, drei Tage später bei ihm vor der Tür stehen und ihn dann aus seinem Haus rausschmeißen? Also, weiß ich nicht, ob das, ob das sinnvoll ist halt. Sekunde, ich bin sofort wieder für euch da. Nein, du bist nie für deine Zuschauer da, das ist das Problem. Unglaublich, dieses Verhalten, ey, ohne Scheiß. Es geht schon den ganzen Sonntag so, äh, hin und her, gerne, ne? Ihr müsst bedenken, am Sonntag, wo man normalerweise zusammen sitzt mit der Familie und so weiter, äh, stehen Leute von meiner Haustür nicht nur zwei oder drei, sondern 30 oder 40 Mann. Natürlich standen da 30 oder 40 Mann. Wenn die Hater in der Woche da sind, äh, haben sie keine Arbeit, wenn sie am Wochenende da sind, äh, hätten sie was mit der Familie machen können. Es gibt ja keinen guten Zeitpunkt, um vor Reiners Haus zu stehen. Außer jeden Zeitpunkt. Leute, äh, es geht zu Ende, ne? Also, wenn ihr nochmal die Schanze anschauen wollt, wartet lieber nicht zu lange. Ich stehe vor meiner Tür und schreie hier rum und mache hier Scheiße und keine Ahnung. Ich stelle mal eben meinen, meinen Kaffee auf, äh, na, damit das hier funktioniert. Gestern zum Beispiel hatten wir sechs oder siebenmal den gleichen Hater da. Die Polizei, der Hundeführer, äh, war gestern Abend da. Der hat dann, äh, die haben den ignoriert. Ich weiß auch nicht, warum. Reiner hat mehrmals, ich hab ziemlich viel von diesem Stream, hab ich tatsächlich live gesehen. So, ich hatte gestern Sonntag, äh, war ich hier bei mir zu Hause und hatte hier Besuch. Familie, kennst du ja, Reiner, ne? Und gerade als die weg waren, gerade als ich die aus der Tür rausgekehrt hatte, hab ich mal einen PC angemacht, hab mal geguckt. Zack, da war er gerade fünf Minuten on, äh, äh, on Stream. Ähm, hab ich mir das meiste davon irgendwie nebenbei angeguckt. Und er hat irgendwie mehrfach davon gesprochen, der Hundeführer. Ich hab noch nie, also ich hab noch nie ein Foto gesehen oder so, dass, ich meine, wir kennen alle die Pferdestoffel, das ist klar. Aber ich hab noch nie ein Foto gesehen von Polizisten, die am Alt-Schauerberg mit einem Hund sind. Habt jeder mal was von gesehen? Er sagt irgendwie, der Hundeführer war da oder so, von der Polizei. Keine Ahnung, wäre mir neu. Die haben zwischendurch ein Funkgerät hier reingeschmissen, die haben zwischendurch, mit dem Auto sind sich hier quietschend mit Reifen durchgefahren. Das ist auch nett von den Hatern, dass sie dir ein Funkgerät reinschmeißen. Reiner, da wollte mal einer mit dir reden. Hast du nicht geantwortet? Und irgendwann nachts um vier haben sie dann angefangen, einen Böller zu zünden. Wieder irgendwie ein Kanonanschlag oder irgendwas, irgendwas Großes. Das geht hier jetzt in dem Zusammenschnitt vom Rändern hochladen ein bisschen unter. Ich hab das live gehört, deswegen weiß ich das. Reiner hat durchgängig gesprochen, als wenn das eine Gruppe von Hatern gewesen wäre, die gesagt haben, also er hat gesagt, die waren schon da, als es noch hell war, weil der Hundeführer angeblich nur da ist, wenn es hell ist. Wenn es dunkel ist, geht er mit seinem Hund. Das heißt, die waren irgendwann 17, 18 Uhr, als es gerade noch so hell war, waren die da. Dann haben die das und das und das und das und das gemacht und um 4 Uhr nachts haben die nochmal einen Böller geschmissen. Er hat das aber so erzählt, als wenn das eine Gruppe von Menschen wäre, als wenn da eine Gruppe von Hatern gewesen wäre, die einfach, keine Ahnung, 10 Stunden da waren und immer mal wieder was gemacht haben. Dass es natürlich unterschiedliche Menschen waren, dass dann ein Kommen und ein Gehen war, das versteht er nicht. Es ist für ihn alles nur eine amorphe Masse. Und deswegen ist ja auch der Hater, der heute am Montag vor seinem Haus steht, ja auch verantwortlich für alles, was die Hater gestern gemacht haben. Deswegen kommt er ja da auch nie auf einen Grünzweig. Steht irgendjemand vor der Tür, wird er gleich instant wieder angeschrien, obwohl er nichts getan hat. Und natürlich die Polizei gerufen, obwohl er nichts getan hat. Die Polizisten machen auch drei Kreuze dicker, wenn du nicht mehr an diesem Berg wohnst. Der hat, ich war im Bett gelegen zu dem Zeitpunkt, der hat bis in mein Bett vibriert. Ja, meine Scheiben haben geklirrt und mein Bett hat vibriert, wie der in die Luft geflogen ist. Haben sie ihm eine Riesenbombe reingeschmaßt? Übrigens auch ein ganz interessanter Punkt, das hat er auch in dem Stream gesagt. Er hat gesagt, er lag schon im Bett, als sie diesen Böller geworfen haben, aber er hat auf der Überwachungskamera gesehen, wie sie ihn geschmissen haben. Das hat er erzählt. Das heißt, er hat gesagt, die Hater interessieren ihn ja gar nicht mehr und es ist ja gar nicht mehr sein Haus. Was soll es ihn interessieren? Aber er hat halt indirekt zugegeben, dass er immer noch abends schon im Bett liegt und immer noch die Überwachungskamera kontrolliert, logischerweise. Wenn sie mittlerweile hier randalieren, was geht es mich an? Gestern wurden wieder Flaschen aufs Grundstück geworfen. Ja, wenn es dich nichts angeht, dann hör auf, jeden Tag darüber zu reden, Rainer. Es ist langweilt auch langsam. Womit wir auch zu dem Thema kommen, wenn der Typ unterwegs sein will, was will er mir denn erzählen? Was? Also, was will er mir denn erzählen? Erzählt er mir dann fünf Minuten, dass er heute an der Ampel stand und er glaubt, dass in dem Auto neben ihm irgendwie Hater saßen oder so? Also, jetzt mal ohne Scheiß, man stelle sich mal vor, was würde mir Rainer denn erzählen in seinen Videos, wenn die Hater wegfallen würden? Keine Ahnung, vielleicht werden wir es nochmal sehen. Kein Problem, Dicker. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich muss mit der Polizeikunten noch bereden, weil die Herrschaften hier wieder randaliert haben. Sollte ich mal bitte auf jetzt schon wieder zu streiten? Ich komme zurück und ihr streitet schon wieder. Nee, Janis ist kein Mott mehr. Da kamen mir zu viele, da kommen mir zu komische Sachen ständig rüber und ich habe das Gefühl, dass Janis ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Denn ich habe immer wieder von Leuten gehört und auch Nachrichten und Posts und so weiter bekommen, wo er die ganze Zeit behauptet hätte, er wäre der Obermott. Dabei ist das überhaupt nicht der Fall gewesen. Der hat überhaupt nichts zu sagen gehabt. Der war genauso ein Mott wie alle anderen auch. Der hatte nichts zu sagen. Der Einzige, der was zu sagen hat, ist der Lord. Darum geht es. Hat er sich auch gestern echt gefühlt so? Hat er sich mal wieder gefühlt wie in seinem, wie der Chef in seinem Chat hat Leute blockiert und so weiter, wie in den guten alten Zeiten. Das wird ihm bestimmt auch fehlen. So, hey Drache, hast du, nee, übst du noch in deinem Tai Chi, hast du noch Zeit für? Ähm, nee, im Moment übe ich kein Tai Chi, weil das Problem ist, oder was heißt üben? Ich übe kein Tai Chi, ich mache Tai Chi. Tai Chi ist nicht nur einfach so, hm, ja, ich mache jetzt so mal drei, vier Übungen durch, sondern da gehört schon auch ein bisschen Erlebensweise dazu. Leute, er macht nicht einfach nur Tai Chi Übungen, das ist eine Lebensweise. Abgesehen davon macht er keine Tai Chi Übungen. Könnt ihr euch vorstellen, dass er in den letzten Tagen sich einfach nochmal ein bisschen Zeit genommen hat, einfach nochmal fünf Minuten Zeit genommen hat, ein paar Übungen gemacht hat, ein bisschen meditieren dabei, Leute? Hm, auf jeden Fall. Das ist nicht ganz so einfach in meiner Lage gewesen. Äh, ganz ehrlich, diese Tasse ist älter als ich. Ich habe keine Ahnung, was da genau drauf ist. Das ist irgendwie so, äh, ein Fluss mit einer Brücke, auf der Leute stehen und, äh, auf Schiffen sind und angeln, auf, auf, auf Booten sind und angeln. Äh, Killing Craft Steel Online. Ne, äh, Steel, STL, England. Ich glaube, das ist sogar eine ganz spezielle Tasse, die hat sogar ein Lob. Rainer ist ein ganz besonderer Mensch mit einer ganz besonderen Tasse. Man stelle sich mal vor, dass wir in einer Welt leben würden, in dem YouTuber und Streamer sich Gedanken darüber machen, wie man seinen Zuschauern die beste Unterhaltung geben kann. Oder wir haben da diesen Typen, der vor seiner Wand sitzt und der uns zeigt, was auf seiner Tasse drauf ist, weil er sonst wirklich überhaupt nichts mehr passiert in seinem kaputten Leben. ... unten eingebrannt. Richtig krass, auf jeden Fall. Richtig, richtig krass. Wieso hast du deinen PC schon weggeräumt, wenn du noch nicht ausziehst? Dadurch, dass ich... Das ist eine gute Frage, Leute. Wenn ich meinen PC schon ausgeräumt habe, mache ich mir keine so großen Sorgen mehr, wenn ich unterwegs bin, ähm, dass die Leute in mein Haus einbrechen und meinen PC klauen. Denn mein Laptop, wenn ich mit drei, vier Handgriffen habe, habe ich den PC zusammengeräumt und habe ihn eingepackt und habe ihn im Auto und kann damit wegfahren. Jetzt kommen wir mal auf dieses Thema. Für mich macht es wenig Sinn. Warum? Ähm, wenn er noch vier Wochen in diesem Haus leben könnte, so. Da hat, ich meine, er kann mit seinem, er könnte mit seinem PC noch viel mehr Sachen machen als mit seinem Laptop, so. Er sagt, ja, er muss sich nicht so viele Sorgen machen, dass die Leute ihm das Haus leer klauen, wenn er unterwegs ist. Aber er war letzte Woche nur unterwegs, um seine Sachen wegzubringen. Versteht ihr? Das ist so eine, das ist so eine sich selbstbestätigende, ähm, Voraussagung oder so. Ähm, wenn er die Sachen nicht, wenn er die Sachen letzte Woche nicht weggebracht hätte, wäre er nicht unterwegs gewesen und er hätte sich keine Sorgen machen müssen, dass die Leute ihm irgendwie das klauen. So, äh, von daher, ja, er will jetzt einfach vier Wochen noch so weitermachen mit dem Laptop. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass er jetzt wirklich vorhat, einfach ab dem nächsten, er hat einfach alles, was für ihn irgendeinen Wert hat, aus dem Haus rausgeräumt. Und er möchte jetzt wirklich ab nächste Woche sich einfach seinen Laptop schnappen und schon mal mit dem Ranger ein bisschen unterwegs sein, dass er quasi tagsüber unterwegs ist, dass er so Tagesausflüge macht und quasi nur abends zum Schlafen wieder zurück in die Schanze kommt. So, und er quasi die Schanze tagsüber alleine lässt. Das würde halt noch so ein bisschen so einen Sinn machen, aber weiß ich nicht. Ähm, ja, Leute, ähm, Historisches sehen wir hier. Lass uns mal so darüber sprechen, ähm, das ist ja jetzt schon, wir beobachten jetzt gerade schon den Anfang vom Ende des Drachengames, ne? Ich meine, das ist ja wirklich so. Man muss ja überlegen, ähm, egal wie viel Geld er für dieses blöde Gaming-Laptop ausgegeben hat, er hat seinen PC nicht mehr dort, Leute. Man muss mal überlegen, das ist die, das ist die legendäre Drachenlord-Render-Maschine. Ich glaube, jeder Hater hat sich schon mal gedacht, oh, weißt du was, wenn ich diesen PC in die Finger kriegen würde, mal drauf gucken, was der so alles für einen Scheiß drauf hat. Das war die Schneiden-Render-Hochladen-Maschine die letzten Jahre. So, die ist jetzt weg, Leute. Die ist halt einfach weg. Und, äh, und dort, wo die jetzt ist, dort, wo die eingelagert ist, wird er sie auch nicht mehr rausholen. Vollkommen egal, ob er jetzt noch vier Wochen in diesem Haus lebt oder nicht. So, die wird jetzt einfach dort bleiben. Die schöne 1600-Euro-Grafikkarte und das VR-Headset, was er nie wieder benutzen wird. Gut investiertes Geld. Leute, ich erzähl euch mal was. Ich sag euch mal jetzt einen Satz und den lasst ihr mal ein bisschen auf euch wirken, ja. Nur um, nur um mal festzustellen, wie, wie endgültig das Ganze jetzt ist. Achtung, der Drachenlord wird nie wieder Zelda streamen. Boom. So, wird er nicht. Seine Konsolen sind schon eingelagert und sein PC auch. So, ich weiß es nicht, ob er, ob das, ob, wenn er noch seine V da hätte, ob das Gaming-Laptop das machen könnte. Ob er da irgendwie, keine Ahnung, dieses, was benutzt er eigentlich für ein Capture-System, weiß ich gar nicht. Ob er einen Elgato hat oder irgendwas ähnliches oder so, dass du überhaupt die Signale von der Konsole auf den PC bekommst, damit du es dann live streamen kannst. Ob der Gaming-Laptop dafür überhaupt die Schnittstelle hat und so weiter und so weiter. Er hat schon gesagt, es wird keine Gaming-Streams mehr geben von Konsolen-Titeln, weil die Konsolen sind schon weg. Die sind schon eingelagert. Leute, es wird keine Zelda-Streams mehr geben. Es wird keine Pokémon-Streams mehr geben. So, diese Zeit ist vorbei. Er wird nie wieder Zelda-Streamen. So. Und es ist mir, und ganz ehrlich, das ist, ob er jetzt noch vier Wochen in diesem Haus lebt oder vier Tage, ob er, keine Ahnung, in zwei Monaten in den Knast geht, weil seine Revision sofort abgelehnt wird. Oder ob er noch eine Revision bekommt und in sechs Monaten in den Knast geht. Vollkommen egal. Er wird nie wieder Zelda-Streamen. Leute, das ist, wir werden gerade Zeuge, das ist der Anfang vom Ende des Drachengames. So, das ist der erste kleine Schritt. Da werden jetzt noch ziemlich viele Sachen kommen. Aber das ist schon jetzt was richtig Endgültiges. Das ist, das ist krass. Das ist verrückt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ich, ich sage nicht, dass es nächste Woche vorbei ist. Ich sage auch nicht, dass er im April, keine Ahnung, hinter Gittern sitzt oder so. Das wird alles noch seine Zeit dauern. Aber wir sind jetzt schon an einem Punkt, an dem wir sagen, gewisse Sachen, die er vorher gemacht hat, gewisse Sachen, die zum Drachen-Game dazugehört haben, über Jahre, werden jetzt schon nicht mehr passieren. Der PC und die ganzen Konsolen sind schon irgendwo eingelagert und fangen an zu vergammeln in irgendeinem Lagerraum oder so. Also, Leute, wir haben, heute ist der letzte Tag des Februars des Jahres 2022 und ich sage euch, der Drachenlord wird nie wieder Zelda streamen. Also, so beginnt es. Das ist der Anfang vom Ende. So, hast du Angst, dass du ins Gefängnis musst? Ich finde das, was ich finde den Gedanken ziemlich schrecklich. Im Prinzip war ich die letzten vier Jahre eingesperrt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich Angst machen tut mir das nicht, dass man mich einsperren will. Du solltest verdammt nochmal Angst haben davor, Rainer. Also, das ist ja, er lügt sich ja selbst an. Das ist ja so wie, ach, weißt du was, ich sitze schon seit vier Jahren hier in meinem Haus fast im Knast. Was macht das jetzt noch für einen Unterschied? Er glaubt, das ist das Gleiche. Nee, du kannst jetzt aufstehen, kannst in deine Küche wungeln, deinen Kühlschrank aufmachen und dir was zu essen holen. Das kannst du in dem Knast nicht. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Er kann aufstehen, jetzt in seinen Ford Ranger steigen und wegfahren. So, alleine, dass du in deinem Kopf weißt, dass du die Möglichkeit dazu hast, ist halt schon was ganz anderes, als in einem Raum zu sitzen und die Tür hat keine Klinke. Du kannst die von innen nicht aufmachen, Dicker. Das ist, nee. Er hat überhaupt keine Ahnung, wie sich sowas anfühlt. Er glaubt, ach, weißt du was, das ist ja fast das Gleiche. Ich ziehe einfach in einen anderen Raum. Aber eingesperrt war ich ja schon die letzten Jahre. Nein, er sagt, dass er die letzten Jahre eingesperrt ist. Er glaubt jetzt gerade, glaubt er, dass die Hater ihn einsperren würden, als würde er im Gefängnis sitzen. Aber der wird noch erfahren, wie sich das anfühlt. Du solltest, Dicker, du solltest Angst haben, das glaub mal. Und ich denke auch, dass er davor Angst hat. Das ist jetzt einfach nur Gelaber für seine Zuschauer. Im Gegenteil. Es ist für mich ja fast schon was Alltägliches, auch wenn es traurig ist. Leute, das ist das Erste, was ich heute überhaupt esse. Generell, ich hab eigentlich die letzte Woche gar nichts gegessen. Montag hab ich einen überbackenen Döner gegessen. Am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag hab ich einen Döner gegessen. Nee, 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 wartet mal, das stimmt nicht. Montag, Dienstag, Dienstag hab ich den Döner gegessen. Dienstag hab ich einen Döner gegessen. Also alles, was ich den ganzen Tag gegessen hab, war der überbackene Döner. Am Mittwoch hab ich zwei Subways gegessen. Am Donnerstag und am Freitag auch. Und gestern wollte ich mir eigentlich auch einen Sub holen. Hab ich mir dann aber kurzerhand beschlossen, kein... Ihr ratet nie, was er sich stattdessen geholt hat. ...einen Sub zu holen, sondern hab gestern einen Döner gegessen. Hey Rainer, da Tai Chi ja so eine Lebensweise ist, ne, ist es auch, äh, ist ja auch wichtig, was du deinem Körper gibst, weißt du. Sein Körper ist ja sein Tempel, so, ne. Gehört das zum Tai Chi auch dazu, jeden Tag Döner und Zaps zu fressen? Mal abgesehen davon, ne, es interessiert ihn ja überhaupt nicht, was die Hater sagen. Überhaupt nicht. Weil man ihn ja nicht die letzten acht Jahre mit den gleichen Sachen schwingern kann, so. Es interessiert ihn ja überhaupt nicht, dass die Hater sagen, dass er dick ist. Deswegen muss er ja bei jeder Gelegenheit sagen, dass er ja quasi nie irgendwas ist. Und es interessiert ihn ja auch überhaupt nicht, dass die Hater sagen, dass er auf eine Sonderschule gegangen ist. Deswegen muss er ja bei jeder Gelegenheit sagen, dass er doch viel schlauer ist als die Hater, die auf die Realschule oder das Gymnasium gegangen sind. Es interessiert ihn ja überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich würde auch jedem, der jetzt noch überlegt, vielleicht noch sich nochmal die Schanze anzugucken und nochmal den Dicken besuchen und vielleicht läuft man ihm ja über den Weg, würde ich auf jeden Fall nicht ihn auf sein Gewicht ansprechen, weil das interessiert ihn ja überhaupt nicht. Weil er weiß ja, dass er auf jeden Fall ja quasi überhaupt nichts isst. Ja, Dicker, kein Problem. Wenn du die nächsten 700 Tage jeden Tag exakt einen Döner isst, dann siehst du danach ja schon fast wieder aus wie ein Mensch. Ach nee, stimmt nicht ganz. Ich hatte heute schon eine Quiche, tatsächlich. Das habe ich vergessen. Entschuldigung, die Quiche habe ich heute noch gehabt, weil die habe ich mir gestern beim Döner mit dazu geholt. Ich habe Donnerstag... Rainer hat einen Dönermann, der Quiche verkauft? Ist ein bisschen... Ich hätte gesagt, ist ein bisschen exotisch, aber man muss sich ja abheben von allen anderen Dönerlehnen, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich nichts anderes gemacht, als hin und her zu fahren. Am Freitag war ich sogar dreimal bei meinem Lager und habe das zu meinem Lager gebracht, das Zeug, wo ich das Zeug eingelagert habe. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass in Rainers Haus jetzt, Achtung, im Haus der Gemeinde, ne? In dem Haus, was am ASB 8 steht, nichts mehr drin sein kann, was Wert hat. Wir haben die Roomtouren gesehen. Ich gehe davon aus, dass sowieso, keine Ahnung, Rainer noch vielleicht drei Räume dieses Hauses benutzt und jeder andere Raum ist einfach mal zugemüllt. In der Roomtour von Kevin Wolter konnte man sehen, dass zum Beispiel der Raum, wo das Fahrrad drin stand, aus den Radl-Videos, inzwischen schon so zugemüllt ist, dass man das nicht mal mehr betreten konnte. Wenn ich mir überlege, wie viel kann er transportieren, wenn er einmal den Ranger vollpackt, so eine Kiste auf dem Beifahrersitz, eine Kiste hinten rein, ein bisschen was auf die Ladefläche, wenn überhaupt. Er ist alleine Freitag dreimal gefahren, Mittwoch, Donnerstag war er da, vielleicht Dienstag, da komme ich schon auf sieben Fahrten mit dem Ranger. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt alles drüben hat. Was hat er denn sonst? Sein gesamtes technisches Equipment, seine Textilien, seine Sachen zum Anziehen, weiß ich nicht. Die Küche muss er nicht transportieren, den Herd bekommt er da gar nicht raus, vielleicht noch so ein paar kleine Sachen. Hat er einen Wasserkocher mitgenommen, hat er auf jeden Fall seine Fritteuse mitgenommen. Ganz ehrlich, irgendwelche Sachen an, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, an denen er hängt. Hier seine komischen Sachen von seinem Fanschrein, dieser komische Spartanhelm von Halo und die paar Sachen, die ihm irgendwelche, seine Dragon Balls und so weiter. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Sachen, das ist ein kleiner Karton, dann nimmt er noch irgendwelche, vielleicht hat er sogar tatsächlich noch irgendwelche wichtigen Papiere, irgendwelche Kindheitserinnerungen oder so. Das ist ebenfalls noch ein kleiner Karton. Also wenn ich jetzt überlege, dass er sechs, sieben Mal mit dem Ranger jetzt gefahren ist, gehe ich mal davon aus, dass er jetzt damit fertig ist. Deswegen hat er am Anfang des Videos auch gesagt, nächste Woche wird halt ein bisschen entspannter. Ich denke mal, dass er jetzt damit fertig ist und dass in der Schanze halt wirklich nur noch Müll drin ist. Was gibt es mit dir zum Abendessen heute? Habe ich nicht darüber nachgedacht. Dann hat er ja wieder Zeit, mehr als einmal am Tag zu essen. Und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dieses Überstürzte, was er jetzt gemacht hat, dass er jetzt wirklich alles wieder in einer Woche durchgepowert hat. Es musste jetzt alles wieder ganz schnell innerhalb von vier, fünf Tagen alles weg, weil er ja jetzt noch vier Wochen in diesem Haus lebt. Wie gesagt, ich lasse dich mal überraschen, was so am fünften passiert. Ehrlich gesagt, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, warte mal. Zur Zeit von Corona renne ich in neun Hater rum. Das ist unglaublich. Wir haben keine Corona-Zeit mehr, mal abgesehen davon. Abgesehen davon, neun Leute, sämtliche Kontaktbeschränkungen, an die ich mich erinnern kann, waren immer zehn Leute. So, von daher, neun Leute war auch schon vor ein paar Monaten nicht. Wie gesagt, draußen unter freiem Himmel, die sind nicht in einem geschlossenen Raum. Hält das hier nicht so. Überbackene Maultaschen machen den, äh, anbraten gerne mit Käse. Es hört sich auch geil an. Mal so Maultaschen in die Pfanne hauen, ein bisschen anbraten. Boah, das wäre eigentlich mal voll die geile Idee, oder? Man besorgt sich irgendeine geile Soße. Da müsste ich nochmal meinen Tai-Chi-Guru fragen, was der so davon hält. Ich bräte die Maultaschen ein bisschen in der Pfanne, haut die zusammen mit einer Soße, die vielleicht gut zu Maultaschen passt, in eine Aufbackform. Dann haut man Käse drüber und dann backt man das Ganze nochmal im Ofen. Boah, muss das geil sein, Alter. Alter, jetzt hast du mir voll Lust auf was gemacht, Alter. Ich hab aber keine Maultaschen da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video, beim nächsten Gedöns, beim nächsten Gemache wieder mit dabei. Ich hab noch sieben, acht Leute von meiner Haustür, die mal wieder Scheiße bauen. Interessiert ihn ja überhaupt nicht. Genieß es, Rainer. Genieß es, solange du noch ein, solange du noch in einem Haus lebst, was noch einen Hof hat, wo noch Leute vorstehen können. Du wirst diese Zeiten noch, diese Zeiten, oh, weißt du, weißt du noch damals, als ich in meinem Haus gesessen habe, auf meinem Tablet gucken konnte, draußen die Überwachungskamera und konnte immer sehen, wer vor der Tür stand. Diese Zeiten wird er noch vermissen. Ähm, genau. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache und tschö, tschö. Ja, tschö, tschö, Rainer. Tschö, tschö. So. Ähm, ja. Was, 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 was wissen, was wissen wir, das, was Rainer uns erzählt, das heißt, wir sind nichts schlauer. Ist er vielleicht Ende dieser Woche, ist er raus. Wird am 5.3. vielleicht irgendjemand von der Gemeinde bei ihm vor der Tür stehen und sagen, die zwei Monate sind rum, jetzt müssen sie raus. Vielleicht kann er da noch vier Wochen bleiben, ich weiß es nicht. Ähm, diese Verbindung, die er immer macht zwischen seinem Auszug aus diesem Haus und der Gerichtsverhandlung ist für mich auch sehr fragwürdig. Er sagt immer, ja, wir haben das, ich darf noch bis zur Gerichtsverhandlung hier, äh, ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Zusammenschnitt von Rainer und Hochladen hat er das nicht gesagt, aber in dem Stream hat er das gesagt. Ähm, als ihn irgendjemand mal gefragt hat, wann ziehst du aus, hat er gesagt, ich kann jetzt noch bis zur Gerichtsverhandlung hier bleiben und danach schauen wir mal. So, äh, diese beiden Sachen haben, sind in seinem Kopf miteinander verbunden, weil das ja die wichtigsten Sachen in seinem Leben sind, das hat aber nichts damit zu tun. So, er tut jetzt so von wegen, ja, er hat sich mit der Gemeinde darauf geeinigt, dass wir nochmal warten bis zur Gerichtsverhandlung und danach schauen wir mal, nee, die Gemeinde will dich da raus haben. Das ist, die Gemeinde hat das Haus gekauft und die Gemeinde will das Haus platt machen und die Gemeinde will, dass du verschwindest. Also, es gibt kein Szenario, äh, folgende Szenarien können passieren bei der Gerichtsverhandlung, er wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, er wird höchstwahrscheinlich, er wird zu einer, äh, er wird zu einer weiteren, er bekommt eine weitere Bewährung oder er wird freigesprochen mikroskopisch klein, aber keiner dieser drei Möglichkeiten ändert irgendwas an dem Zustand mit dem Haus. So, vielleicht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was sein Gehirn sich zusammenrendert, ich denke mal, in der Situation, in der er ist, keine Ahnung, klammert er sich an jeden Strohhalm und vielleicht, keine Ahnung, ähm, rendert sich sein Gehirn auch wieder irgendwelche Fantasiesachen zusammen, dass, vielleicht, vielleicht sagt er sich, hey, vielleicht, vielleicht bekomme ich ja doch noch eine, ähm, vielleicht bekomme ich ja doch noch eine, ähm, eine weitere Bewährung und wenn ich dann noch in eine weitere Bewährung komme, dann, dann sieht die Gemeinde ja, dass das Gericht der Meinung war, dass ich, äh, dass ich mich ja nur, äh, dass ich, dass es ja nur Notwehr war, dass ich im Recht war und dann darf ich einfach weiter in diesem Haus leben. Vielleicht, vielleicht stellt er sich das vor. Ich weiß nicht, was in dieser Biene da los ist mit der Knete und den Murmeln, aber, ähm, ja, irgendwie, aus irgendeinem Grund verbindet er immer seinen Auszug aus diesem Haus mit dem Gerichtsverfahren. Und, ähm, von Seiten der Gemeinde, ne, ich weiß, ich weiß auch nicht, was für Leute bei der Gemeinde wohnen, die haben sich jetzt auch wirklich in der letzten, in letzter Zeit nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich, wenn ich bei der Gemeinde leben würde und ich würde mich ein bisschen damit auskennen, ich würde einen Teufel tun und zu sagen, wir warten jetzt bis zur Gerichtsverhandlung und nach, nach, direkt nach der Gerichtsverhandlung, nachdem der Typ zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde und noch viel unberechenbarer und psychisch labiler ist, als er sowieso schon ist, kurz danach setzen wir ihn vor die Tür. Das ist ja ein, das ist ja ein Rezept für Desaster. So, von daher, meiner Meinung nach macht diese Verbindung von Gerichtsverhandlung und Auszug aus diesem Haus überhaupt keinen Sinn, für, für keine Seiten. Vielleicht fand er sie, fantasiert er sich da noch irgendeine Möglichkeit, irgendeine Chance hin, die es einfach nicht gibt, von Seiten der, von Seiten der Gemeinde aus. Ja, ich meine, er ist jetzt, ne, es gab diesen Auszugstermin 5.1., 5. Januar, da ist er jetzt dann, Ende dieser Woche ist er exakt zwei Monate drüber. So, und dann nach zwei Monaten ist auch mal eine gute Schonfrist und dann, dass er dann vielleicht einfach vor die Tür gesetzt wird. Ich meine, er hat das jetzt ja vorbereitet. So, er sagt mir zwar, ach, er kann noch vier Wochen in diesem Haus leben, aber er hat alle seine Sachen schon eingelagert, äh, er hat alle seine Sachen schon eingelagert. Er hat gesagt, er kann schon nicht mehr die Sachen streamen, die er gerne streamen möchte, weil alles ist schon irgendwo in einem Lagerraum. Er hat sich noch ein Tablet gekauft, er hat sich noch einen Laptop gekauft, er ist, dass er jetzt quasi 100% mobil ist, äh, er hat alles dafür vorbereitet, aber er kann ja noch vier Wochen in diesem Haus bleiben. Also, ne, das, das sind halt seine Worte und morgen sind seine Worte halt nichts mehr wert. So, deswegen bleibt es spannend. Ich würde immer noch kein Geld darauf wetten, was so passiert. Wir werden einfach mal gucken, vielleicht passiert Ende dieser Woche irgendwas. Und ansonsten, ja, hat er alles aus seinem Haus rausgeräumt, äh, was nicht Müll ist und er kann sich ja jetzt seinen Laptop und seine Tablets schnappen, ins Auto schmeißen und einfach losfahren. Von daher, vielleicht beginnt jetzt diese Woche die große Offensive mit, ich mach Vlogs aus meinem Auto raus. Und vielleicht wird er dann sehen, dass einfach mal so einen ganzen Tag im Auto unterwegs sein, die ganze Zeit doch ganz schön anstrengend und stressig ist, auch wenn er dann vielleicht abends noch wieder in die Schanze zurückkehren kann, um dort zu schlafen. Aber der wird schon sehen, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dass es irgendwie halt schon anstrengender ist, als zu Hause auf seinem Arsch zu sitzen. Und das wird dann halt nur ein kleiner Vorgeschmack sein, auf das, was ihm halt erwartet, wenn er aus diesem Haus raus ist, was dann wieder dazu führen wird, dass das Thema, wann musst du aus deinem Haus raus, dass er darauf schon wieder sehr viel besser reagieren wird. Und vielleicht beginnt da die nächste Abwärtsspirale mit. Leute, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Vielleicht kommt jetzt auch mal wieder drei Tage von ihm überhaupt nichts, weil er sich jetzt erstmal frei nehmen will. Vielleicht macht er jetzt On-the-Road-Streams schon mal diese Woche. Vielleicht ist er nächste Woche schon gar nicht mehr in die... Ganz ehrlich, es gibt so viele V-Likes. Wir können auf gar nichts mehr... Wir können auf gar nichts mehr wetten. Aber das wiederhole ich nochmal, weil... Keine Ahnung, das ist utopisch. Das ist schon ziemlich utopisch und das hättest du mal dem... Weiß ich nicht, dem Mitte-2020-Metzger hättest du das mal erzählen sollen. Hey, Reiners Konsolen sind weg und Reiners PC ist weg. Der Drachenlord wird ab jetzt nie wieder Zelda streamen. Das ist... Das, was wir hier sehen, ist der Anfang vom Ende, Leute. Und das ist noch lange nicht das Ende vom Ende. So, das Ende wird sich noch eine ganze Weile hinziehen, aber es wird jetzt immer weniger werden. Und je weniger es wird, desto besser wird seine Laune werden. So, von daher gehe ich mal davon aus, da wird noch der ein oder andere... Da wird noch der ein oder andere Stream mit richtig guter Laune kommen. So, und ich werde mir das für euch angucken. Und wir schauen mal, was diese Woche so gibt. Jetzt ist Montag. Kommt gut in eure Woche rein, Leute, wenn ihr es nicht eh schon seid. Und ja, ich bin der vegane Jamezger. Ich bin erstmal raus. Metal auf.